Da ist sie! Frau Croft, wie fühlen Sie sich nach Ihrem neuen Abenteuer? Ist es wahr, dass du den Dolch gefunden hast? Ja. Hattest du manchmal Todesangst? Nein. Wie war das Boot fahren in Venedig? Wunderbar. Gibt es Rätis in G-Berg? Wer weiß. Hängt das Abenteuer Sie so in Form? Vielleicht. Ist Archäologie für Sie nur ein Zeitvertreiben? Ehrlich, für mich ist das Ganze wie ein Spiel. Tomb Raider 2 starring Lara Croft. Ein Action-Adventure für PC, CD-ROM und Sony Playstation. Und für dich.